Ein aktuelles Update-Video zum momentanen Kryptomarkt, wie, ob und was ich nachkaufe und wie sich der Kryptomarkt meiner Meinung nach weiterentwickeln könnte. Unbedingt anschauen, viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute geht es um die aktuelle Marktsituation im Kryptomarkt. Ja, der hat sich ja in den letzten Tagen extrem volatil bewegt. Wir haben gerade einen extrem starken Absturz erlebt und seitdem korrigiert er wieder Stück für Stück. Wie kann sich das Ganze jetzt weiterentwickeln und ist das Ganze jetzt sehr positiv, sehr negativ? Wie sollte man mit dieser Situation umgehen? Bevor ich jetzt mit dem Video starte, möchte ich ganz klar sagen, dass ich natürlich kein Hellseher bin. Ich habe keine Glaskugel und genauso wie jeder andere kann ich den Markt nicht predikten. Man kann nach Wahrscheinlichkeiten gehen, man kann seinen eigenen Einstellungen folgen und natürlich kommt es auch auf viele andere Faktoren an. Die Marktbewegung an sich ist immer volatil und es wird immer stark nach oben oder auch mal stark nach unten gehen. Und es ist für jede Person immer unterschiedlich, wie sie diesen Markt bewertet. Das sind wie gesagt viele Faktoren, die da mit reinspielen. Wie risikofreundlich bist du? Welche Investments tätigst du? In welchen Investmentbereichen tätigst du diese Investments? Also eher in größere Kryptowährungen, in kleinere Kryptowährungen, in Meme-Coins, in NFT-Produkte? In was für einem Time Horizon investierst du? Investierst du in den nächsten zwei Tagen, in den nächsten zwei Stunden, in den nächsten zwei Monaten, in den nächsten zwei Jahren? Das sind so viele Faktoren, die hierbei berücksichtigt werden müssen und die dann dementsprechend auch im Endeffekt mit darüber entscheiden, wie der Markt sich für dich entwickelt, wie sich dein Portfolio entwickelt. Denn natürlich kann das Ganze auf kurze Zeit extrem nach unten gehen. Es kann auf kurze Zeit zu extremen Verlusten kommen. Wenn man allerdings einen Time Horizon von zwei Jahren hat, dann ist es egal, wenn der Kurs heute um 30% abschmiert. Wer man fest davon überzeugt ist, dass es in den nächsten Jahren wieder um mehrere hundert Prozent steigt. Daher heute meine persönliche Einschätzung. Wie gesagt, ich bin kein Anlagenberater. Nehmt das hier nicht für wahre Münze. Ihr könnt natürlich eure eigene, beziehungsweise solltet ihr eure eigene Recherche machen und euch natürlich nicht darauf verlassen, was hier ein YouTuber sagt. Ich möchte so ein bisschen die aktuelle Situation beschreiben, gerade weil momentan auch in den sozialen Medien sehr viel Input kommt. Es kommen gerade aus dem amerikanischen Raum sehr viele Informationen, beziehungsweise sehr viele Anreize, dass der Markt sich eher nach unten bewegen könnte. Im deutschsprachigen und europäischen Raum sehe ich irgendwie nur sehr, sehr positive Dinge. Deshalb möchte ich heute mal diese beiden Sachen miteinander vergleichen und meiner Meinung nach das Fazit ziehen, wie man mit dieser Marktsituation momentan am besten umgeht. Kommen wir nochmal kurz zu einem Rückblick. Der Bitcoin ist ja seit letzten Jahres ziemlich stark am Wachsen. Und vor einigen Monaten kam dann noch die Information von Tesla, dass sie in den Bitcoin investieren. Sie waren meiner Meinung nach eine der größten, beziehungsweise einer der ersten großen Institutionen, die in den Bitcoin investiert haben. Es kann auch sein, dass andere Institutionen bereits investiert haben, die auch sehr groß sind. Aber ich glaube Tesla war für die gesamte Community auf jeden Fall ein Streckenpferd, was auch viele andere Unternehmen dann dazu animiert hat, in den Bitcoin zu investieren. Seitdem ist der Bitcoin dann ziemlich stark durch die Decke gegangen und in den letzten anderthalb Monaten ungefähr relativ stark stagniert. Der Bitcoin hat sich nicht wirklich stark entwickelt, lag aber auch daran, dass wir meiner Meinung nach eine relativ starke Altcoin Season hatten oder uns momentan vielleicht sogar noch in dieser befinden. Das heißt, der Bitcoin hat an Marktdominanz verloren und viele Altcoins, viele andere Kryptowährungen sind extrem stark gestiegen. Dann kam noch die NFT Phase, beziehungsweise hatte sie dann auch in den letzten Monaten immer mehr stattgefunden. Und jetzt gerade in den letzten Wochen ist halt die Meme-Kultur mega stark gewachsen. Ich sage nur Dogecoin oder Shiba Inu. Das heißt, es sind sehr viele Gelder auch in Kryptos geflossen, die nichts mit Bitcoin zu tun haben oder halt dementsprechend überhaupt nicht mit Bitcoin kolladieren. Das heißt, der Bitcoin hat von der Marktdominanz leicht abgenommen und andere Kryptowährungen sind gestiegen. Der gesamte Kryptomarkt ist allerdings in den letzten Monaten ziemlich stark gestiegen. Wie gesagt, Bitcoin hat dann etwas länger stagniert, während andere Kryptowährungen im Wert gewachsen sind. Was ist jetzt passiert? Nochmal ganz kurzer Rückblick, ich gehe nicht groß darauf ein. Tesla hat angekündigt, dass sie ihre Bitcoin-Zahlungen aussetzen werden. Das heißt, sie akzeptieren keine Bitcoins mehr für Zahlungen für Tesla-Modelle, da ihnen das zu umweltunfreundlich geworden ist. Da hat jeder seine eigene Meinung zu, werde ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ja, dann ist der Markt auf jeden Fall extrem abgeschmiert. Dann kam Gerücht darauf, dass Tesla wohl ihre Bitcoins bereits verkauft hat, beziehungsweise halt abgestoßen hat. Hat sich dann herausgestellt, dass es wohl nicht der Fall ist, beziehungsweise hat Elon Musk gesagt, dass es nicht der Fall ist. Er hat auch gepostet, dass sie Diamond Hands haben, also das bedeutet sowas wie Diamantenhände dementsprechend. So in der Szene bedeutet das, dass sie ihre Kryptowährungen, beziehungsweise ihre Bitcoins halten werden, egal ob der Markt extrem steigt oder extrem fällt. Was auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen ist. Der Kurs hat sich daraufhin auch wieder etwas korrigiert. Dann kamen solche Aktionen wie Vitaly Buterin, der gesagt hatte, okay, ich spende einen Großteil meiner Kryptos, beispielsweise an einen Fonds in Indien, beziehungsweise an eine Hilfsorganisation. Dabei ging es um über eine Milliarde US-Dollar, die dort verschoben wurden. Er hat auch noch sehr hohe Gelder investiert in andere Projekte, die auf Ethereum basieren und die mit Ethereum zusammenarbeiten, was dann dementsprechend für den Ethereum-Kurs sehr positiv sein könnte. Trotzdem hat er natürlich sehr viele dieser Meme-Tokens abgestoßen, was den Markt ebenfalls etwas bröckelig gemacht hat. Er hat übrigens jetzt 6,8 Milliarden US-Dollar als Wert in Shiba Inu-Tokens verbrannt, also quasi gelöscht. Hat auch wieder ein bisschen für Vertrauen gesorgt. Was ich an dieser Stelle ganz kurz anmerken möchte, was glaube ich die meisten Leute überhaupt nicht sagen. Indien ist einer der größten Big Player, was den Kryptomarkt angeht. Indien ist natürlich, was die Wirtschaft angeht, momentan auch im Wachstum. Indien wächst aber in den letzten Jahren immer stärker. Wir wissen alle, dass Indien gerade im IT-Bereich sehr stark am Wachsen ist und dort sich sehr weit aufbaut, weil sie halt ressourcentechnisch auch nicht wirklich viel bieten. Indien ist einer der größten Länder der Welt und hat über eine Milliarde Einwohner. Dementsprechend sollte sich der Kryptomarkt dort in der IT-Szene breit machen, dann könnte das natürlich auch ein riesiger Big Player in der gesamten Kryptoszene werden. Die indische Regierung selber ist allerdings nicht so positiv auf Bitcoin bzw. auf die Kryptotechnologie zu sprechen. Und sie haben schon öfter mal über Verbote oder über Ähnliches gesprochen. So eine Investition bzw. so ein Kauf oder so ein Handeln von Vitaly Buterin, der da mal eben knapp eine Milliarde an Indien gespendet hat in Kryptowährten, ist nicht nur schön, weil es halt eine Spende ist, sondern könnte der indischen Regierung eventuell auch ein bisschen Vertrauen in die Kryptowährung schenken. Denn durch sie haben sie auf jeden Fall nochmal eine deutliche stärkere Sicherheit bzw. halt dann dementsprechend die Möglichkeit, in ihrem eigenen Land besser zu operieren, dann dementsprechend mehr Gelder zur Verfügung stehen. Ja, diese beiden Faktoren haben den Markt auf jeden Fall bröckelig gemacht, hat den Bitcoin auf jeden Fall vom All-Time-High ein bisschen runtergedrückt. Und dann wurde die Information breitgetreten, dass China Bitcoins bzw. die gesamten Kryptowährungen wohl verbieten will. Das ist eine alte Leier, darauf gehe ich jetzt auch nicht weiter ein. Das gab es 2014, 2017 hat immer wieder für sehr starke Rücksetzer im Bitcoin, im Kryptomarkt gesorgt. Und dementsprechend ist das nichts Neues. Die Informationen, die dort immer wieder in den News genannt werden, das sind einfach alt hochgekaute Dinger. Dazu kommen dann noch ein paar Fake News oder ein paar schlechte Videos auf beispielsweise TikTok, wo dann gezeigt wird, wie die Bitcoin-Miner aus China abhauen. Viele, viele Fehlinformationen werden hier geteilt und anhand der Chart-Analysen bzw. anhand der Wallet-Bewegung kann man sehen, dass die Leute, die in den letzten drei Monaten in den Kryptomarkt eingestiegen sind, die sind, die momentan am stärksten verkaufen. Also die jungen Investoren, die frischen, die neuen Investoren, die dann dementsprechend ihre Coins wieder abziehen und das momentan im Minus. Das ist natürlich für den allgemeinen Kryptomarkt nicht wirklich positiv, zeigt aber dann dementsprechend, dass die unerfahrenen Leute im Moment verkaufen, da das nun mal eben auch die sind, die auf solche Fake News am größten reinfallen. Leute, die schon lange am Markt sind, wie beispielsweise ich jetzt, so lange in Anführungsstrichen seit vier, fünf Jahren, die haben schon ein bisschen Erfahrung und das sind halt genau diese Informationen, wie mit der chinesischen Regierung, die ich jetzt direkt schon hatte. Ich habe die News gesehen und hätte ich sie vorher noch nicht gesehen, 2014, 2017, dann hätte ich mich vielleicht auch gefragt, oh no, aber da das immer wieder eine alte Leier ist, die hochgekaut wird, habe ich direkt gecheckt, okay, pass auf, das ist zwar natürlich doof, wenn die chinesische Regierung da einen Riegel vormacht, es ist aber die chinesische Regierung und erstens kann man dagegen nichts machen und zweitens versuchen sie es, wie gesagt, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Man muss auch dazu sagen, dass wir alle wissen, dass die chinesische Regierung natürlich gerne die Kontrolle behält, das heißt, sie haben ja beispielsweise ein System, womit sie die Leute überwachen, die haben ja so einen Social Score, das heißt, wenn jemand über eine rote Ampel geht, dann fällt er im Social Score etwas ab, das heißt, man bekommt dort quasi Strafen und die Regierung kann dementsprechend ganz einfach die Konten einfrieren und den Leuten das Leben richtig schwer machen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, die dann von der Regierung aufgestellt werden. Solche Sachen wie im Kryptomarkt sind natürlich, wofür halt auch alle einstehen, relativ anonym beziehungsweise kann dort halt jeder machen, was er möchte, beziehungsweise ist es eine riesengroße Spielwiese und auf der anderen Seite natürlich auch ein riesengroßes Potenzial. Allerdings ist der Kryptomarkt relativ schwer zu regulieren, was dann dementsprechend solchen Regierungen wie die chinesische Regierung überhaupt nicht passt. Das hat den Markt ziemlich weit nach unten gedrückt und uns dann dementsprechend in die fetten roten Zahlen gedrückt. Das ist auch der Stand, den ich vorgestern im Video angesprochen hatte. Ich hatte das Video von heute bereits gestern aufgenommen, allerdings hat es mir nicht gefallen und ja, ich möchte euch vernünftigen Content bringen, mit dem ich auch selber einverstanden bin. Wie ist jetzt die aktuelle Situation? Ja, nachdem das Ganze jetzt soweit passiert ist, hat man auf jeden Fall vorgestern einen extrem starken Flash Crash gesehen. Wenn man das als Flash Crash bezeichnen möchte, streiten sich jetzt wahrscheinlich auch wieder die Geister. Jedenfalls ist es so, dass der Bitcoin-Preis innerhalb von sehr kurzer Zeit extrem abgeschmiert ist und tatsächlich die 30.000 US-Dollar gekratzt hat. Man hat dort gesehen, dass eine sehr große Position liquidiert wurde und da haben natürlich sich alle Leute gefragt, ey, wer wurde da liquidiert? Da ging es um sehr, 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 sehr viel Geld, was da im Raum stand, was dort liquidiert, vernichtet wurde. Und da kamen natürlich dann viele Gerüchte und ein Gerücht, welches sich wohl am stärksten durchgesetzt hat, ist eins, das auf 4chan breitgetreten wurde. Dort hat nämlich ein anonymer User-Insider-Informationen und hatte die aktuelle Situation beschrieben und hat schon vor diesem Flash Crash beziehungsweise vor diesem Crash auf 30.000 US-Dollar die ganze Situation vorhergesehen und hatte gesagt, wie das Ganze ablaufen wird. Und genauso, wie er das in seinem Post verfasst hatte, ist es dann dementsprechend auch eingetroffen. Das hat extrem für Aufsehen und Aufwirbel gesorgt und viele Leute haben jetzt auf diesen 4chan Post geschaut. Es ist natürlich krass, dass ein Account beziehungsweise ein anonymer Nutzer dementsprechend solche Informationen mit der Community teilt, die dann tatsächlich eintreffen. Viele Leute schenken dem Account jetzt ihr Vertrauen. Ja, bedenklich ist halt eine Verschwörungstheorie, ob man der Glauben schenkt oder nicht. Sei da mal so hingestellt. Natürlich ist es krass, dass diese Information genau so gepasst hat, wie es dann dementsprechend auch gekommen ist. Nur weil ein Account so etwas postet und das dann wirklich eintrifft, heißt das nicht, dass er es wirklich wusste. Es gibt super viele Posts auf 4chan, die auch schon hunderttausende, und da gibt es wirklich, wirklich hunderttausende Posts mit Vorhersagen, die nicht eingetroffen sind, wo sich natürlich kein Mensch drum kümmert, beziehungsweise wo sich kein Mensch für interessiert. Aber wenn dann so eine Information genau passt, dann wird diese Information dann natürlich rausgepickt und in den Medien breitgetreten. Dieser anonyme Account hatte in diesem Post verfasst, dass der Bitcoin kurz die 30.000 US-Dollar antreffen wird und dann wieder relativ schnell hochbouncen wird und sich bei 70.000 US-Dollar finden wird. Da sind viele Leute mit auf den Train aufgesprungen, haben das gefeiert und meinen, okay, wenn das so ist, dann kaufe ich relativ günstig ein. Jetzt hat der Account nochmal einen neuen Post verpasst, in dem er gesagt hatte, okay, wir werden den Markt nochmal wieder drücken und wir müssen nochmal wieder den Markt so manipulieren, dass er zwischen 20.000 und 25.000 US-Dollar landet. Auch da sind sehr viele Leute mit auf den Train aufgesprungen, die dann dementsprechend dem Ganzen ihr Glauben schenken und jetzt noch nicht in den Bitcoin investiert haben. So viel dazu. Dann gab es auf der anderen Seite bzw. auf derselben Seite quasi eine Information, einen Glauben, der dort dementsprechend mit reingesetzt wurde. Dort geht es um Richard DeMille Wickloff. Das ist ein Börseninvestor. Der hat von 1873 bis 1934 gelebt und hat da an den Anfängen des Aktienmarktes sehr gute Erfolge verzeichnet. Er hat relativ jung angefangen. Ist auch egal. Er hat sehr viel Erfahrung gesammelt, sehr viel Geld am Aktienmarkt gesammelt und einige Grafiken aufgestellt, die seiner Meinung nach eine bestimmte Marktbewegung beschreiben bzw. die sich dieses Pattern dann auf den aktuellen Marktchart legen können. Er hat dort wie gesagt einige Charts, die halt dementsprechend so im Markt wohl auftreten, die man dann quasi als Pattern auf den Markt, auf diese Grafik rauflegen kann. Die aktuelle Marktbewegung also zack, 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 zack. Und dann hat er eine Metrik, die den Markt dann dementsprechend genauso zeigt und dann dementsprechend auch die Zukunft predikten soll. Das wird im Internet auch immer mehr Glauben geschenkt. Ich sehe unzählige TikTok-Videos. Ich blende euch hier mal einen Screenshot ein von einem. Der hat diesen Chart direkt da auf den aktuellen Bitcoin-Chart gelegt und wenn man diesem jetzt Glauben schenkt, dann zeigt auch der an, dass der Bitcoin ziemlich hart abschmieren wird. Wie gesagt, zwischen 15.000 und 25.000 US-Dollar werden dort prognostiziert bzw. gezeigt. Was sagt uns das jetzt? Ja, wir haben hier wieder mal Informationen bzw. sehr viele Medien oder auch soziale Medien, die dann dementsprechend relativ negativ über den allgemeinen Markt bzw. über die allgemeine Situation sprechen. Alle Leute sind der Meinung, dass die den Markt vorhersehen können und das ist halt meiner Meinung nach absolut Quatsch. Natürlich kann es sein, dass der Markt nochmal extrem stark abschmieren wird und das ist auch genau der Grund, warum man sein Risiko dementsprechend etwas verteilen sollte und nicht nur auf ein Pferd setzen sollte bzw. auch nicht nur in eine Richtung setzen sollte. Zum Risikomanagement sage ich immer mal wieder was. Ich bin der festen Meinung, dass man natürlich ein gewisses Risiko im Kryptomarkt hat. Es kann in beide Richtungen verlaufen und wie ich bereits am Anfang des Videos gesagt habe, kommt es auch sehr stark auf den Time Horizon an. Ich persönlich bin der Überzeugung und das sind glaube ich die meisten Kryptoinvestoren, dass wir in einer Zeitspanne der nächsten 3, 4, 5 Jahre auf jeden Fall eine sehr positive Marktbewegung sehen. Es kann kurzfristig zu Rücksetzern kommen, da will ich gar nicht gegen sprechen. Es kann auch sein, dass der Bitcoin auf 20.000 US-Dollar fällt, wir dann in einen Bärenmarkt kommen, der die nächsten anderthalb Jahre anhält und erst dann der Bitcoin wieder Fahrt aufnimmt. Das kann alles sein. Allerdings kommt es halt darauf an, wie du dein Risiko verteilst und wie du selber im Markt investiert bist und wie du bzw. auch in was du investiert hast. Denn das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Kommt es nämlich in einen Bärenmarkt beziehungsweise zu einem negativen Marktverhalten. Dann ist es wichtig, dass man in vernünftige Kryptos investiert hat und dann dementsprechend in diesem Bärenmarkt auch in fundamental und wichtige und gute Kryptowährungen investiert. Was auch dementsprechend der Grund dafür ist, dass ich jetzt bereits nachgekauft habe und halt in fundamentale Projekte investiert habe, die meiner Meinung nach auf Langzeit sehr gut performen. Ich habe beispielsweise in Cardano investiert und man muss dazu sagen, ich habe insgesamt eine Summe von 1.000 Euro investiert. Das heißt, ich hätte natürlich mehr investieren können. Allerdings möchte ich ein wenig meines Geldes aufsparen, denn das ist eine Art, wie ich mein Risiko verteile. Ich investiere nicht immer alles. Wenn ich jetzt bereit bin zu investieren, dann investiere ich eine gewisse Summe, aber niemals alles, denn der Markt kann sich nach oben und nach unten bewegen. Und wenn er sich nach unten bewegt, dann möchte ich immer noch Kapital haben, um dementsprechend nachzukaufen. Das ist auch der Tipp, den ich euch immer wieder mitgebe. Also Punkt 1, ich habe auf jeden Fall Cardano nachgekauft. Dann habe ich den Diotip-Token, also Polkadot nachgekauft. Polkadot meiner Meinung nach seit Monaten schon unterperformt, also hat auch nicht wirklich große Erfolge geschrieben. Und das ist genau der Zeitpunkt, wenn man in solche Kryptowährungen meiner Meinung nach investieren sollte. Die Technologie hinter Polkadot hat sich großartig entwickelt. Sie haben mega gute Erfolge, worauf ich auch in zukünftigen Videos eingehen werde. Und trotzdem hat sich der Markt nicht wirklich gut entwickelt, beziehungsweise ist er relativ lange stagniert. Für mich ein Zeichen, dass der Markt abheben könnte. Siehe Cardano, die monatelang um 1,20 Euro rumgedödelt sind. Siehe Ethereum, das ebenfalls monatelang relativ stark stagniert ist. Diese beiden Kryptowährungen sind dann in die Höhe geschossen. Bei Cardano sehe ich, wie gesagt, immer noch sehr starkes Wachstumspotenzial. Aber auch bei Polkadot sehe ich, dass dieser Token sich in Zukunft sehr stark entwickeln könnte. Dasselbe sehe ich mit VeChain. Hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten relativ schwach entwickelt. Ist meiner Meinung nach immer noch einer meiner Lieblingsprojekte. Und gerade durch diese News, dass China Kryptowährungen verbieten möchte, ist so eine Kryptowährung wie VeChain, die aus dem chinesischen Raum kommt, ebenfalls extrem stark abgestraft worden. Also noch stärker als die anderen Kryptowährungen, da viele Leute halt dann denken, China will Kryptowährungen verbieten, VeChain kommt aus China, China will VeChain verbieten. Wieder mal ein komplett haltungsloses Argument, denn VeChain arbeitet mit der chinesischen Regierung zusammen. Und die chinesische Regierung will und wird die Kryptowährung beziehungsweise die Kryptotechnologie in Zukunft auch nutzen. Wie sie den Markt regulieren, ist was komplett anderes, als wie sie mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die in diesem Markt handeln. Daher VeChain auf jeden Fall für mich eine hundertprozentige Investition wert. Zusätzlich habe ich dann auch zwei kleinere Positionen gekauft. Einmal den PancakeSwap eigenen Cake Token, der seit Monaten schlecht performt, obwohl Pancake eigentlich sehr gute Erfolge verzeichnet. Ebenfalls für mich ein Token mit massivem Wachstumspotenzial. Und dann habe ich mir noch Hedera Hashgraph, den Hiba Token in mein Portfolio gelegt. Den hatte ich vorher noch gar nicht. Ist auch ein Projekt, welches ich auf meinem Kanal noch nicht angesprochen habe. Was auf jeden Fall meiner Meinung nach noch ein extrem starkes Wachstumspotenzial in Zukunft hat. Es gibt auch noch unzählige andere Projekte, in die ich gerne investiert hatte. Sei es beispielsweise der Internetcomputer oder Airgold. Das sind auch weitere Projekte, beispielsweise auch Kusama, was mit Polkadot zusammenarbeitet. Was ich mega interessant finde, wozu die nächsten Tage ein Video kommen wird. In diese hätte ich auch noch ganz gerne investiert. Allerdings, wie gesagt, ich versuche halt mein Risiko ein bisschen zu managen und dementsprechend auch noch Geldreserven zu haben. Sollte der Markt noch weiter abschmieren. Das ist auch genau die Art, wie ihr meiner Meinung nach handeln solltet, beziehungsweise wie das jeder handeln sollte. Wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, und das ist man in diesem Kryptomarkt nie, sollte man auch niemals all in gehen. Und natürlich das Geld, was ihr investiert, immer nur nutzen, wenn ihr auf dieses Geld nicht angewiesen seid und wenn ihr theoretisch auch einen Totalverlust erleiden könntet, ohne dass ihr euch dann vor den nächsten Zug schmeißen würdet. Das ist meine aktuelle Einschätzung zum Kryptomarkt. Es gibt für mich drei Szenarien und die möchte ich hier nochmal eben ganz kurz auflisten. Punkt 1 Szenario, wir haben jetzt unser Alltime-High vor zwei Tagen erreicht, die 30.000 US-Dollar und werden uns jetzt wieder in einen Bullenzyklus begeben und die Kryptowährungen werden wieder stark ansteigen und wir werden uns dementsprechend so bei ca. 70.000 bis 85.000 US-Dollar treffen. Wie es sich dann weiterentwickelt, ist bis jetzt auf jeden Fall noch schwierig zu sagen. Die zweite Situation ist, wir haben einen extrem starken Abverkauf gehabt auf 30.000 US-Dollar, hatten jetzt eine relativ starke Kurserholung und jetzt schmiert der Kurs nochmal richtig ab auf 15.000 bis 25.000 Dollar. Selbst wenn wir das erreichen sollten, sehe ich relativ kurzfristig noch ein starkes Wachstum, was sich dann dementsprechend bei ca. 70.000 US-Dollar wiederfinden wird. 70.000 US-Dollar pro Bitcoin. Der gesamte Altcoin-Markt wird dabei deutlich besser performen als der Bitcoin selber. Das ist zumindest meine Meinung nach. Punkt Nummer 3 und das ist eine Theorie, die meiner Meinung nach am unwahrscheinlichsten ist, ist, dass der Markt jetzt in den nächsten kommenden Tagen und Wochen nochmal abschmieren wird und wir uns in einen kalten Kryptowinter begeben. Das heißt, die Kryptomärkte werden negativ bleiben und relativ stark stagnieren über die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, sehe ich als sehr unwahrscheinlich. Warum sehe ich das als sehr unwahrscheinlich? Die gesamte Marktsituation passt einfach nicht. Der Kryptomarkt und ich möchte jetzt nicht sagen, oh, es haben Institutionelle in Krypto investiert und das heißt, dass Krypto auf jeden Fall die Zukunft ist und nie wieder abschmieren wird, das ist Quatsch, weil das haben wir 2017, 2018 auch. Dort haben auch Banken in Kryptowährungen, beispielsweise Ripple oder auch in andere Kryptowährungen investiert und trotzdem ist der Markt abgeschissen und wir hatten einen riesigen Kryptowinter. Das will ich gar nicht sagen, allerdings stehen momentan die Anzeichen sehr, sehr bullish für die gesamte Kryptosituation. Jeder sagt was anderes, das ist sehr schwierig, den Markt einzuschätzen, aber wenn man sich mal die Zahlen, Daten und Fakten anschaut, dann sieht die ganze Situation für Bitcoin sehr gut aus. Wir sehen, dass die großen Wale in Bitcoin immer noch investiert sind, wir sehen, dass die großen Wale gerade in den letzten Tagen extrem stark nachgekauft haben. Die gesamte wirtschaftliche Situation ist immer noch so, dass sehr, sehr viel Geld gedruckt wird, dementsprechend sehr, sehr viel Geld in diese Vermögenswerte, wie beispielsweise Kryptowährungen, reinfließen und sich das Ganze sehr positiv entwickelt. Wir haben kein Crashverhalten, weder in der Immobilienbranche, weder im Stockmarket, weder in sonst was für anderen Branchen. Es wird gerade Geld ohne Ende gedruckt und dieses Geld wird es halt eigentlich nur für den eigenen Lebenserhalt oder halt für Stockmarket, also den Aktienmarkt oder den Kryptomarkt dementsprechend ausgegeben und investiert. Das gleiche gilt natürlich auch für Rohstoffe, die in den letzten Monaten krass, krass gestiegen sind. Alle Leute von euch, die sich ein bisschen mit Rohstoffen auseinandersetzen, das reicht schon, wenn ihr letztes Jahr im Baumarkt wart und Spachtelmasse gekauft habt, geht mal heute in den Baumarkt und schaut euch Spachtelmasse oder beispielsweise Holz oder irgendwelche anderen Produkte an, die in diesem Bereich arbeiten, dann seht ihr, dass der Markt beziehungsweise die Preise extrem angestiegen sind. So sieht die aktuelle Situation aus, meiner Meinung nach und das ist jetzt mein persönlicher Leitfaden, wie ich verfahre. Ich habe einen Teil investiert, ich habe auch noch einen Teil bereit, um nachzuschießen, sollte der Markt sich weiter nach unten korrigieren. Meiner Meinung nach mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit wird der Markt nochmal stark nach unten gehen. Ich würde sagen, zu 60, 70 Prozent ist es so, dass wir jetzt auf jeden Fall noch Korrekturen erleben werden. Das wird jetzt ein holpriger Weg die nächsten Tage und Wochen, aber overall wirkt der Kryptomarkt meiner Meinung nach sehr gut performen und in den nächsten Monaten neue All-Time-Highs erreichen. Sei aber auch ganz wichtig gesagt, ich persönlich hätte auch kein Problem damit beziehungsweise ich würde auch nicht kalte Füße kriegen, wenn das noch doch noch ein paar Monate dauert, bis wir in einen bullischen Zyklus wieder kommen. Ich glaube allerdings nicht, dass der gesamte Bullenmarkt beziehungsweise die Bitcoin-Blase jetzt geplatzt ist und wir jetzt einen Kryptowinter haben werden. Das sehe ich vielleicht mit 10, 15 Prozent Wahrscheinlichkeit und wie gesagt, selbst wenn es so wäre, bin ich der festen Überzeugung, dass wir spätestens in drei, vier Jahren wieder positive Zahlen schreiben werden. Von daher schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und ja, ich weiß, ich werde jetzt dafür geblamed beziehungsweise es werden jetzt einige Leute sagen, warum hast du kein XRP nachgekauft? Warum hast du kein Bitcoin nachgekauft? Warum hast du kein Ethereum nachgekauft? Dazu sei ganz klar gesagt, erstens habe ich natürlich mit 1000 Euro nicht die Möglichkeit, in jede einzelne Kryptowährung zu investieren. Ich habe hierbei die für mich mit am stärksten wachsenden beziehungsweise die mit dem stärksten Potenzial Kryptowährungen rausgesucht, in die ich investiert habe. Meine Bitcoin und Ethereum Position zusammen ergeben über 50, 60 Prozent meines Gesamtportfolios. Da werde ich jetzt nicht mehr weiter investieren. Ich habe in Ethereum über 15, 16, 17, 18, 19 tausend Euro stecken, je nachdem wie der Markt gerade ist und wenn ich 1000 Euro investiere und 250 Euro in Ethereum stecke, das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da investiere ich lieber in Positionen, die meiner Meinung nach in Zukunft trotzdem noch ein starkes Wachstumspotenzial haben und momentan noch nicht so stark in meinem Portfolio bewertet sind. Wie gesagt, ich kann es natürlich nicht jedem recht machen und ihr werdet mit Sicherheit in andere Kryptowährungen investiert haben als ich und ihr könnt mir gerne meine Kommentare schreiben, in was ihr investiert habt. Wie ihr glaubt, wie sich der Markt in Zukunft noch entwickeln wird, in welche Richtung der Kryptomarkt sich entwickeln wird. Glaubt ihr an 1, dass der Markt jetzt nur noch nach oben geht? Glaubt ihr an 2, dass der Markt jetzt erstmal noch ein Rücksetzer leben wird und dann nach oben geht? Oder glaubt ihr, dass es das war und wir uns jetzt gerade am Ende einer Blase befinden, die jetzt noch an schlussendliches Platzen stattfinden wird, was dann dementsprechend in einem Kryptowinter enden wird? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Meinung ihr seid. Wir können dort gerne darüber diskutieren und uns die ganze Sache objektiv anschauen. Vielen Dank, dass du dir das gesamte Video angeschaut hast. Vielen Dank für den Support und ich wünsche dir noch eine angenehme Woche beziehungsweise jetzt tatsächlich ein wunderschönes Wochenende. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, Freunde.